was ist eine feuertaufe es redet wieder da ja der stelle meiste sind die stillen was da stelle wassertief nicht die stelle wasser ja das ist aber du schrauber was schießt du auf mich was ich bin bundesagent da kannst du ja auch wie schießen er sagt wir haben 100 kill jetzt sie als ziel ist kein zeitlimit doch ja ich habe aber eigentlich ausgestattet weil zeitlimit war drin aber 100 kids hast du als ziel aber fliegelung es wäre sie ist gerade da ist ja ein vorteil damit umgehen kann ja ich muss sagen ich bin es nicht wir wollen uns die einigen lassen die helis weg könnt ihr machen wie gesagt mir ist es egal ist gehörte mit dazu ist ja okay wer kann eigentlich von uns wirklich gut fliegen wenn ich eigentlich bin eigentlich nicht so wirklich oder dann nur von der barunter nur von der map runter das ist es halt ja ist klar alter weil sie mit raketen katze umgehen ja ja runter und keine ahnung weißt du dass er über pro hier ein paar leute sein können was sind ja genug helis in der luft hier nein ich bin ein beklopter jawohl ich habe dich noch mitgenommen ich habe dich noch mitgenommen sag ich mir mit dem scheiß heli die scheiß heli wieder runter von bohe auf den wohnen kommen nach unten da wo wir sterbliche sind jetzt endlich aber ich habe dich einmal fast mit einem sperrfeuer erwischt da ist mir ja sollten die meiner da die meiner da rumfuchtelt wird da oben der luftkampf hat sich sehr interessant aus ich habe dich noch mitgenommen die eine kugel alle sind noch im kopf klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick-klick jawohl da wollte die kleine rakete in die luft und kam nicht so weit ja nein hast du meine ausgleichs gewinnt habe ich das problem ist nur beim heli das ist nicht wahr warum komme ich nicht die hatten es hat ein vorteil der linke der gut fliegen kann weißt du es kann keiner gut flieger was wenn man heute gerade mit dem ding auf da komme ich runter herunter nur jeder karte geht in die luft und fliegt das ist ein team das match ich bin dafür dass wir die schrauber verbieten sogar noch mal zurück vor fünf minuten hat die ganze map dazu also sollten die einfach mit benutzen hau ab jetzt endlich ja genau ich alter das ist unfassbar du kannst nicht mal einsteigen und meiner will gar nicht schießen damit hat sich das schon erledigt ich schieße zu dem x das war gesagt werden ja ist klar dreck sagt das hast du jetzt aber nicht zu mir gesorgt oder so recht die kacke fliegen wieso kannst du auch nicht zielen vor allen dingen weil das zwei verschiedene sind auch gut ernsthaft hat die lenkraketen also ich musste vorher einstellen dann musste die andere hat kein lenkraketen ach so endlich 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 hole ich ihn runter wenn das reicht sogar wenn wir wenn wir wieder unten sind da steht ja wirklich das korbchen weiter alter was ist mit dir falsch du bist falsch abgewogen jetzt macht der nächste das alter das problem ist und du kack nur weiter du kannst auch nicht sterben ich krieg mir das war eine kack runde natürlich kaum erst mal komme ich soweit du willst den letzten kill doch geholt endlich mal wieder der erste vor allem als herausforderung ein gegner überfahren weil ja auch so viele autos gab du hättest sowieso irgendwo eins gefunden wollte ich auch gerade sagen der marcus hätte bestimmt auf der ganzen map kein fahrzeug gefunden aber der marcus macht es ja der hätte sich irgendwo doch jetzt gecheatet guck mal ich bin jetzt immer noch der letzte das letzte ich habe gefühle weil es verdient hast nein alles gut es war überhaupt nicht weiter und allein weil ich jedes mal hochgegangen explodiert bin und so wahrscheinlich die falschen klamotten keine ahnung ich habe noch wieder hier das mit zusammen machen also als team ja das kann ja nicht machen seit zwei gegen zwei ist halt echt ein bisschen öde finde ich ja